Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Suche nach Verstecken der Hamas im Gazastreifen intensiviert. Diese Bilder sollen einen Eingang in ein Tunnelsystem unter dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zeigen. Diese Waffen sollen dort gefunden worden sein. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte in einem Interview, dass in den Tunneln auch Hinweise auf die von der Hamas entführten Geiseln gefunden wurden. Demnach könnten mehrere Entführte dort festgehalten worden sein, was auch der Grund für die Armee gewesen sei, das Krankenhaus Mitte der Woche zu stürmen. Unterdessen wurden die Leichen von zwei weiteren Geiseln gefunden. Die Lage der Zivilbevölkerung im Küstenstreifen wird immer prekärer. In einem Krankenhaus im Norden liegen Verletzte dicht aneinandergereiht am Boden, unter ihnen zahlreiche Kinder. Am Donnerstag begann ein Marsch hunderter Angehöriger israelischer Geiseln von Tel Aviv nach Jerusalem. Viele Teilnehmer halten die Fotos ihrer Liebsten in den Händen. Die Protestierenden wollen vor das Haus von Benjamin Netanyahu ziehen, dem sie vorwerfen, zu wenig für die Befreiung der Geiseln zu tun.